Hallihallo und Herzlich Willkommen Soho Es geht weiter mit Onigod Wir haben ein scheiß Gegner-Team Und ich glaube, wir sind in der letzten Runde Es ist ja ein bisschen her, dass wir gespielt haben Ja Wir starten direkt mit Problemen Genau Robb de Koch, Gally Wat? Wat, wat, wat? Tina, du bist zwischendurch abgehackt Was? Tina Ich weiß das auch nicht Ich weiß das nicht, das kommt schon alleine Handy Ich hab eins Ja Mensch Jetzt kommt Lisa, jetzt müssen wir alle auf sie warten Mann Gottverdammt Da los Wir haben eigentlich schon gewonnen Wir haben ein Vollskinteam Ja Robb de Koch, Gally Die hab ich ja gerade Robb de Koch, Gally Was ist da los? Robb de Koch, Gally Robb de Koch, Gally Ne, da steht Robb de Koch, Gally Nicht Robb Koch Robb Strobop 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 Wieso? Wegen mir? Ja, wegen dir Sollen sie doch, ey Wegen dir Ey Gibt's bestimmt geflame Flame, flame, flame Die zweite fünf Gott Äh, Tina wolltest du top gehen, oder was? Kann ich gehen machen Okay Problem ist sowieso meins mehr Danke Dann geh ich mit Lisa nach unten und vielleicht geh ich dann später mal in Dschungel Dschungel? Dschungel? Willkommen im gewundenen Wald Hihihi Ist voll süß, wie sie am Ende noch so klatscht Hihihi Ja Achte Da Hihihi Ja, und da stellt sich der Affe in die Mitte und tanzt die ne Runde Da 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 Nein, ich bin jetzt in der Mitte Hä? Jetzt tanze ich erstmal Da 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 Ja Pass auf mit deinem Stock Triff mir gleich an den Kopf Ja, ich spring einfach durch dich durch und tritt durch Fiora Bam Bam, voll auf die Fresse Tritt dich gleich zurück hier Oh Eins, zwei Tcha 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 Okay Genug getanzt Genug das Ganze nochmal genauer angeschaut Ich mach eine auf Lisa und warte noch 10 Gold Nein Tcha 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 molt Tcha 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 Wo ist denn... Achso, der K6 ist im Jungle und mit Smile. Diese Range ist so überkrank. Ja. Stimme ich vorbeifest. Wir können gleich in drei Sekunden... Ich glaube, die schreiben hier irgendwas. Was? Die schreiben? Sie schreiben so viel. Der Jace ist gerade voll stehen geblieben. Alter, ich krieg hier gar nix. Was soll'n das? Den hast du aber. Den hab ich. Den hab ich. Damn right. Du bist nicht... Oh! Ich kann die Altara einnehmen, ne? Ich nimm mal unseren ein. Macht euch bereit, falls der K6 aufhüpft. Hier ist er. Da ist er. Ah, nicht hin. Ah, da ist er. Komm, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Komm, 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 komm. Die Krim, die Krim, die Krim, die Krim. Oh mein Gott, der ist ignited. Oh nein, oh nein. Oh oh. Der K6 ist wieder da. Jaja. Oh. Oh. Oh my God. Neben euch, die sind doch low, wenn... Aber vorsichtig, jetzt... Ja, ich... Oh nein, jetzt hab' ich auch nur die Geister. Ich glaub's das. Gönn hier, Lisa, gönn hier. Oh. Mann, diese scheiß Geister. Ohne Witz, jetzt kann ich ausrasten. Meine Fresse. Mein Gott, das war gut. Ich lobe uns, wir sind nicht gestorben. Ja, aber das war so... Ja, Minions, blockt mich doch. Ach ja, jetzt kommt. Jetzt ist aber gut, ne? Oh. Ausrasten. Elf Lasten sind ja phänomenal. Okay, ich glaube, zum Junglen bin ich noch zu früh dran. Das klappt noch nicht so richtig. Level 3 kannst du sein. Doch, jetzt ist Level 3. Mit Level 3 kannst du machen. Jaja, aber... Guck mal, was ich da an Leben verliere. Zeig mir alle echte heraus. Volltränke vorsorben. Ja. Toll, die haben ja sogar auch noch den Punkt eingenommen. Ja. Hast du das nicht gesehen? Das ist auch noch kackenreis. Aber echt. Okay, ich sterbe. Ja, warum? So. Weil ich noch keine Chance habe. Noch keine Chance gegen die Dach. Ich brauche halt erst mal Items. Zumindestens brauche ich... Serhat ist miss. ...Tiamat. Ach, komm schon. Ah, komm schon. Und jetzt bin ich schon underleveled, glaube ich. Ich... Ich hasse Serhat. Ich hasse... Oh, hier ist K6 bei uns. Komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Komm. Ach, und der Serhat hat geflasht. Ja, nicht... Achso, ihr seid beide da. Ja, ich hab doch gesagt, ich komme. Okay. Und schön ran da, schön ran da, schön ran da. Was ist das? Nimm mal den, nehmen wir den. Nimm mal den, nehmen wir den. Und... Töde den. Yes. Und auf dich sehr weit. Um es mit Lisas Worten zu sagen, yes. Oh, nee, ich komme nicht dran. Lisa, nein. Ah. Oh, fuck, 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 fuck. Alter, ich. Klick, wie du bescheuert auf, wie du aber nichts passiert, ey. Der, aber du wachstest da. Ja, danach ne. So, eiskalt. Tina, pass auf, Altima da auf Trap, ich versuch den Punkt einzunehmen. Noch sind beide hier oben. Weil wenn ich den schaffe, dann kann ich easygoing... Tina, sie kommen. Ja, ich bin schon weg. Kann ich easygoing unseren aufnehmen. Rennen sie, Tina, rennen sie! Da ist jemand geflasht, glaube ich. Ja. Jetzt kommt der noch zu. Zirat hat aber auch keinen Flash mehr, ne? Ich bin auch auf dem Weg, ich komme. Ah, Tina, auf. Und hier haben sie Sekunden wieder, schnell. Okay, ich komme von hinten. Das hat die einfach... Ne? Dünnen ab. Oh, hier ist Kassette. Ich kann euch leider gerade nicht helfen, ne, ihr Lieben? Pass auf. Okay, okay. Oh nein, oh nein. Das war so dumm, das war so dumm, das war so dumm. Hilfe! Ich werde sterben. Komm, ich komme, komm, ich werde nicht sterben. Geh! Lauf! Rein! Ich komme! Oh mein Gott! Oh mein Gott, war das gut! Das war so fucking klos, Alter. Das war schon ein bisschen... Stirn! Schön! Sequenia! Sequenia! Mensch. Mir ist gleich kompst du gerade mit deiner Ulti. Wuff, wuff, wuff. Er hat doch keine Ulti, der ist Level 5. Hä? Wird nicht geil, der mich erfreu jetzt. Ja geil! Ach, aber Hauptsache ich bleib einfach mal stehen und lauf nicht weiter. Ich geh mal um, Deffen, ja? Weil ich brauch ein bisschen Farben. Und Level. Weil ich habe ganze acht Griegels. Ich bin so gut. Nein, 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 nein ich schneide ihn auch schon dass ich so aber ich habe einen kill und er hat er ist er war Prozent es will ich immer eher schon Level 6 Mensch weil er will aufgestiegen sicherlich das war niemals in der Range aber jetzt wieder K6 Alte Hau-Degen. Ja, Mensch. Pass auf, Tina. Hier war gerade eben KZIX. Ja, hier ist er! Lisa! Uah! Tina, 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 Tina! Ah, da macht er die Ulti an, der kleine Song. Hilfe, 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 Hilfe! Okay, okay, ich bin raus, ich bin raus. Fuck, 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 fuck! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Du-du-di-du-di-du-di-du! Huah! Huah! Oh mein Gott, Lisa! Nein, 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 ich will nicht sterben! Mann! Ach, scheiße! Kannst du da hinterher flaschen oder so? Oh mein Gott, der ist ja... Der ist ja... Sorry. Ich hab gedacht, ich könnte irgendwas reißen. Boah, der kickt mich jedes Mal weg, der blöde! Mann, nee, so'n blöd Mann! Mann, schönes Kenners hier! Ah, Mensch! Jetzt nehmen wir unseren Punkt ein, gefällt mir nicht. Ach, Mensch! Ich bin immer noch Level... Level 7! Terra ist Level 8! Ich bin Level 5! Der Pöbelberger! Oh, du bist Level 5! Oh, okay! Ja! Weil... Ich schaffe im Jungle, krieg ich nichts geschissen! Und auf Lane... Krieg ich auch nichts geschissen! Weil... Ich brauch ja irgendwie Farben, irgendwie so! Was ist der jetzt da im Jungle? Serrat ist Miss? Serrat ist nicht Miss! Der ist doch ne übertriebene Range, ehrlich! Ja, ich find die auch heftig! SF! Yeah! Ich hab Ulti! Geil! Oh oh! Oh, da sind zwei... Hilfe! Er hat keine Ulti mehr! Serrat hat keine Ulti mehr! Lisa von hinten! Und Gina! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Er hat keine Ulti mehr, alles gut! Ja, aber der Jace kommt noch immer! Also, ihr hört mich irgendwie nicht, nur ich sag die ganze Zeit Hilfe, Hilfe, Hilfe! Und das ist... Ach, du hast das doch geregelt! Ach, du Scheiße! Ach, du Scheiße! Ach, du Scheiße! Da hat er sich schon wieder weggehauen! Blödkopf! Ja, vielleicht ist der ein Counter gegen Fiora, ich weiß es nicht! Ja, sicher alles countert Fiora, glaub ich! Oh Gott, Lisa! Ja, hier ist noch was! Da hieß 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 noch was! Uh! Lauf! Das schreie! Oh, 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 die Tina, die Tina, 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 Tina! Oh, Tina, 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 Tina! Der schlägt mit, Tina! Nein, Mann! Ja, ich bin tot! Da kannst du aber mal eigentlich... Oh Mann! Zapz, rapz! Der gefällt dir nicht! 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 Ich möchte das nicht! Genau, ich möchte das nicht! Jetzt nur noch erstmal top lane! Nein! Jetzt hab ich auch nicht mit, Tina! Können wir gleich links wieder anfangen! Ja! Der Jace hat aber noch gar keine Schuhe oder so, ne? Ich versuch's jetzt nochmal voll retard! Da wird 6er Schuhe gekauft! Was für Schuhe? Normale erstmal! Einfacher! Ich hab 6er Schuhe verstanden! Ich so! What? Ich hab... Er findet neue Schuhe eigentlich! Ach, der K6 ist hier schon wieder am Start! Komme! Schnell! Hier ran! Die sind hier in den Busch gegangen! Oh, oh! Ne, Lisa! Von hinten kommt der! Äh, Sarah! Tina? Ja? Warte kurz! Nein! Oh mein Gott! Och, leck mich doch! Oh nein, Tina! Ich kann dir nicht helfen! Tina, ich wird rausgehen! Renn! Flash, wenn du kannst! Komm nicht, ne? Ich werd sterben! Hast du Heal? Ich hab kein Heal! Ja, mach du deine Ulti noch, du Dreckskotz! Ah! Mann! Haben wir ein Game von den Promos schon verloren? Nein! Das wäre dann, wenn wir das jetzt... Ja! Wollt auch nochmal sicher gehen! Wollt auch nochmal sicher gehen! Wenn wir das jetzt gewinnen sollten... Dann haben wir's geschafft! Ja, sicher, Alter! Ehrlich jetzt mal! Das ist mehr als lächerlich! Boah! Ihr entschuldigt mich! Ja! Ihr entschuldigt mich! So gut! Nein! Da waren 10 Milliarden Minis davor! Mann! Wir müssen, äh, gucken, dass sie auch auf Leben kommen. Also ich wollte mir eigentlich Hydra holen... und dann gucken, dass ich ziemlich schnell... auf irgendwie sowas wie... keine Ahnung... Randuins komme oder... der Sonnenfeuerober auf jeden Fall! Oh, dieser Wichser ohne Witz... ist halt Nahkampf unfair ankommt! Nichts, nichts, nichts... Hm... Achtung! Jetzt, was macht der denn da oben jetzt? Oh, oh! Ich hab hier mehrere Opfer, ne? Nichts, was macht der denn mit groß? Ja ich bin hier unter dir! Komm hoch! Komm hoch! Komm hoch! Yo yo yo! Die haben wir schlecht! Ich komm von hinten! Musst ja bist du bereit! Nein, die sind weg! Nein, dass ist gar nicht! Stirb! Da wär auch am Ende wie gli eid gestorben... Oh, hast du ihn nicht gnell Chance aus compilation? Jaa... Nicht wirklichścią� Wantferkeit? Woah libro Ty Technically... Haha, toll... soll da hat er nicht verhungert weil du den gestärkt ge-gestärkt hast Prozent der Wienverkloppen die Scheißbiester kann doch nicht sein oder so knapp knapp das war super knapp vor Ort sie es gut also ich weiß ja nicht was du tust bis jetzt sehen die Leute nur ja entschuldigung du hast ja auch warte mal ca 50 creeps mehr als ich ich bin schon Level 10 oho bitte ich bin schon Level 10 Achtung Lidau oder? ja sicherlich ich komm ja sicher Fischer ach leckt mich doch ehrlich das das ist jetzt nicht euer Ernst äh mann Achtung Tina vielleicht kommen die hoch das weg kommut mich hin soo jetzt hab ich mal auf den Tisch gehauen hier jetzt wollen die schon wieder Quatsch machen da jetzt wollen die schon wieder Quatsch machen da ja toll die Baten da ich komme ich komme ich komme gleich da ich bin jetzt da ja ich bin unterwegs ich muss mal gehen sonst bin ich hier gleich er ist geflasht du bist froh wie du Drecksack was willst du eigentlich was oh oh unser Turm wurde zerstört ach so wir haben nicht auf unsere Türme geachtet unser Turm ja aber weg Insekt hinfort oh Tina 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 oh der macht so viel Schaden ooooh 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 irgendwie hab ich da begrenzt mit diesem ganzen Schaden nicht gelingt was ist da los was ist da los stirb oh nein du brennst du brennst bitte überleben überleben oh 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 gut dass wir kein Timo im Gegnerteam haben ja ich hab jetzt 20 Leben überlebt ey ich glaub ich psych wenn da ein Pilz gewesen wäre dann jetzt haben die ernsthaft unseren Punko äh unseren Tower gemacht das ist scheiße ja das waren die Minions gefällt mir nicht was soll man dazu sagen jetzt wollen sie oben pushen glaub ich ich komme hoch ich komme hoch ja genau ja genau Tina kannst du gleich full retard rein mit Ulti ja genau jetzt ach so ne jetzt nicht ja mh oh oh Gott jetzt kann ich nicht mehr viel machen KZX oh mein Gott hier oh nein oh nein oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott oh mein fucking Gott oh mein fucking Gott ich muss weg bevor der ich muss weg Sonst kommt der Seerath Seerath ist tot ja ja aber der lebt gleich wieder aber ich bin down fast ich bin grad so lucky ich hab so lucky überlegt los Tina jetzt ganz schnell den Tower pushen ganz schnell und dann wenn ihr den Tower geschafft haben solltet guckt mal dass ihr den Punkt oh ne den meinte ich nicht ja ich bin in dem Moment zurück geworden nein ich meinte den ähm ja dann alter ja oder ich fang an ja am besten erst von denen den nehmen ja ja schafft ihr schafft ihr und dann jetzt unten den von denen nehme ich nehme in der Zeit unseren ne das können wir nicht okay der kommt weg glaub ich Seerath macht uns dann kaputt ich will das jetzt einfach ja der kommt zu euch der kommt zu euch ah K6 kommt auch äh ja vereinen sie sich so langsam da sind sie sterben sie ihn ja oh scheiße da steh ich ja nur drin das war gut Festcheck was ist was ist was ist was ist was ist ich hab aufgedreht gerade la 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 hier sind Jays mhm höre ich mal gerne weg Achtung uä oioioioioioi huah ich bin unterwegs meine Damen da bin ich da bin ich wundern da bin ich wundern ganz schnell zurück genau pass auf mhm Ruhe keine Sekunde falsch das wollte ich so jetzt aber schon hallo ich hab einen Trank gekauft okay quatsch oh wer schnauft ihr denn ich nicht ich ausnahms weiß man nicht halt aufzugehen mal ich hab dir Feuerschutz was ja ich nehm an der Serat will jetzt oben pushen ich hoffe doch wenn ich fern doch machen die die Stimme ah guck mal hier ist was Hilfe 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 oh mein Gott ja ich hab Tina ich glaube Tina ist die Seed Oh nein, oh nein, dann stirbt sie jetzt einfach. Oh nein, ja, bring dich in Sicherheit. Ah! Scheiße. Oh nö, warte mal. Das war ehrenhaft von denen, dass sie nicht auf sie draufgegangen sind. Komm mal bitte. Ja, das Ding ist, ich kann jetzt nicht raustappen, um Tina hier rein zu move'n. Du musst Tina bitte rein move'n, weil ich kann nicht raustappen. Ja, fickt euch, ey, ehrlich jetzt. Also dazu fällt mir ja nichts anderes ein. Mann. War selber schuld, aber trotzdem. Ja, ich bin überschnell gestorben. Ja, sauber. Ja, die holen den Tower jetzt. Diese Range, die der hat, ne? Ehrlich jetzt mal. Da ist sie wieder. Oh, 11 Sekunden noch. Junge! Ich hab solche Aggression in mir. Na, ich merk schon. Ich glaube, das kommt davon, dass ich noch nicht gegessen hab. Gerade von der Arbeit. Ha. Hast du sie gemoved zu uns? Tina? Bin schon bei euch. Die brauchten dich zu move'n. Die haben dich... Du hast überlebt. Die haben dich verschont. Ja, die waren direkt bei dir und an dir vorbeigelaufen. Der Mist gemacht. Ja, die haben bestimmt gecheckt, äh... Ja, ja, aber es ist ja trotzdem... Ist aber in diesem Spiel nicht selbstverständlich. Richtig. Oh Mann. Ich möchte das ungern jetzt verlieren. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das heißt, dann müssen wir wieder neu machen. Müssen wir gar nicht. Wir haben doch eins noch. Ne, wir haben insgesamt... Wir sind doch in die nächste Liga? Hä? Nein. Wir sind doch in Promotions jetzt. Ja, ja. Fünf Spiele in ne neue Liga oder nur, äh... Nein, wir sind in Bronze 4 unterwegs. Hä? Haben wir erst eins gewonnen? Ich dachte, wir hätten schon zwei gewonnen. Hilfe. Hilfe. Gar nix. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Okay. Diese dreckigen... Drecksau-Ratten kommen immer... Ich kann nichts tun, Tina. ...und kreisen, zwar. Also wirklich, ey. Oh. Service Game verlieren wir. Ja. Nein, das verlieren wir nicht. Psst. Hier. Ja, ich kann... Muss... Ja, ja. Das ist so leicht. Jetzt gehen sie zurück. Ich raste aus. So gut. Die haben beide... Die haben beide Punkte. Wir müssen einen irgendwie einnehmen. Aber warum ist da los? Ich verstehe das nicht. Warum verkacken wir das jetzt so? Die meisten Kills von denen hat der K6. Ich finde das mal. Der war... Am Anfang war der 0,3. Scheiß Schneeball... Ja, aber es ist relativ ausgeglichen. Aber die sind Tower-mäßig irgendwie weiter. Ich glaube wir... Wir müssen... Schütz. Wir haben die Spinne. Natürlich. Ach, deswegen haben die noch nicht durchgepusht. Nexirad hat 10 Milliarden Kilometer Range. Du musst mir jetzt helfen. Ja. Nur ich kann nicht darum gehen. Ach, fickt euch doch! Das gibt's doch nicht! Ehrlich jetzt! Lauf! Ach ja! Sicher! Ne, also wirklich... Leute, das ist mir zu viel. Hier, ich raste aus. Ja... Das war klug gewesen, grad von mir. Hm. So ein Wichs-Champ! Ehrlich! Muss man das eigentlich auspiepen hier, wenn ich rede? Kann ich dir nicht sagen. Da bist du wieder. Sorry. Da ist es eh. Oh! Ich komm da nicht drüber. Aber der Kassik macht Ende. Ja. Fickt euch, ey. Ja! Also nicht hier. Dann haben wir verkackt. Und damit... Oh! Bis zum nächsten Mal. Tschüss.